Du willst im Traum fliegen wie Superman? Das könnte gehen. Das Phänomen nennt sich luzides Träumen. Dabei merkst du, dass du träumst und kannst deine Handlungen bewusst lenken. Dafür gibt es verschiedene Techniken, zum Beispiel den Reality-Check. Frag dich mehrmals im Wachzustand, bin ich wach oder träum ich? Ziel ist es, die Frage so sehr zu verinnerlichen, dass sie im Traum wiederkommt. Wenn du sie dann bewusst im Schlaf beantworten kannst, hast du es geschafft. Du weißt, dass du dich in einem Traum befindest und kannst versuchen, ihn zu steuern.